Außerdem zu hören bisher unveröffentlichte 9-inch-Nails-Tracks und Remixe. Crush, wie der Rock aus Österreich, haben wir letzte Woche Necker 7 aus Schwächert vorgestellt, präsentieren wir euch heute Crush. Nach Eigendefinition sind die fünf Jungs nette Menschen und nach musikalischen Vorbildern gefragt nennen sie Faith No More oder Radiohead. Konzerte gibt's regelmäßig, vor kurzem zum Beispiel einen gefeierten Gig im U4. Nass, unter dem Titel The Lost Tapes of Nass wird's demnächst Neues von Nass geben.